Willkommen zu Monis magische Adventszeit und Türchen Nummer 14 und zu Gast heute in meinem Adventskalender ist der liebe Daniel. Hallo, ich fühle mich so ein bisschen wie beim Glücksrad. Wir sind nämlich bei Boothill. Das ist der Friedhof direkt bei Phantom Manor und deswegen habe ich Daniel eingeladen. Der kennt sich nämlich hier besonders gut aus und wir machen jetzt mal eine Tour. Durch Phantom Manor. Nein, durch Boothill. Wie alles hier zu finden ist. Daniel, was ist denn hier? Ja, hier könnt ihr die Gräber sehen von Melanies Eltern Henry und Martha Ravenswood. Die sind hier begraben. Waren ziemlich klein, wie ihr sehen könnt. Die wurden bestimmt eingeäschert. Mit Sicherheit und Gräber. Aber wir gucken mal, wo Melanie begraben ist, oder? Hier seht ihr den Sarkophag von Melanie Ravenswood. Ja. Moment. Und wenn ihr mal ein bisschen näher kommt, näher hier ran, dann hört ihr sogar noch Melanies Herz schlagen. Das ist sie nicht. Das ist der Hund. Und wen haben wir noch hier? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich kann auch nicht lesen. Aber die Gräber sind tatsächlich aufgenommen. Achso, was man sagen kann. Ne, das ist durch das Erdbeben. Durch das Erdbeben. Ah ne, jetzt kommen wir hier. Melanies Vater, Henry Ravenswood, oder das Phantom, das weißt du, ne? Ja. Ist ja beim Erdbeben ums Leben gekommen. Und die Sheldon seht ihr hier auch noch am Eingang von dem Spiel. So, wie ist der Hund zu ver научiert, die Dudekstabreich, um dann vor allem coordin. Untertitelung des ZDF, 2020